so jetzt bediene ich dich nicht die nüsse liegen hier ich meine wenn ich die fenster offen hat das werde ich euch wieder tun für die vögel die fliegen dann ja immer gern durch die bude vorne rein hinten raus ich meine ich habe ja schon zwei dreimal jetzt die fenster offen gehabt und da geht ihr immer an diese schöne tüte und die liegt dann immer unten und es gibt sauerei wenn ich pech habe das machst du jetzt mal selber ich nehme jetzt mal runter und guckt nach den bienchen wie schon gesagt habe ich nämlich ein bienenhotel gebaut weil die immer an der warmen band sitzen und das hätte ich früher machen müssen als es minus gerade war wären vielleicht ein paar mehr durchgekommen naja dann macht man schön gut